Willkommen. Wir werden hier meiner Meinung nach eine sehr interessante Gleichung anschauen, die bei einer Aufnahmeprüfung an der MIT in Cambridge zu lösen war. Die Aufgabenstellung war, um ehrlich zu sein, ziemlich kurz gehalten. Übersetzt würde das einfach heißen, lösen Sie die Gleichung. Allerdings gab es schon eine Besonderheit, was man eigentlich nicht unter jeder Aufgabe dieser Art sieht. Eine Anmerkung, dass irgendein Computerprogramm für diese Gleichung vier Lösungen gefunden hat. Um ehrlich zu sein, habe ich auch am Anfang überlegt. Ist das eine Hilfestellung? Ist das eine Falle? Oder ist es ein Anreiz, mehr Lösungen herauszufinden? Naja, wie es gemeint war, werden wir dann am Ende dieser Aufgabe sehen. Die erste Frage, die man sich in so einer Station stellen sollte, ist, welche Art von Gleichung hat man hier vor den Augen? Und da hilft meistens die Aufgabenstellung. Also sehr häufig steht in der Aufgabenstellung, löse die Exponentialgleichung oder löse die Potenzgleichung und so weiter. Das war hier leider nicht der Fall. Die Aufgabenstellung sagte nur, löse die Gleichung. Und, das habe ich natürlich als Hinweis interpretiert, dass man diese Gleichung aus mehreren Blickwinkeln betrachten muss. Als allererstes habe ich es als eine Exponentialgleichung eingesehen. Zur Erinnerung, eine Exponentialgleichung hat immer die Form a hoch x ist gleich irgendwas. In diesem Fall habe ich a hoch x gleich 1 geschrieben, weil wir auf der rechten Seite unserer Gleichung eine 1 haben. Eine kleine Anmerkung an dieser Stelle, damit keiner hier verwirrt wird. Das x, was ich bei der allgemeinen Form als Exponenten gewählt habe, hat nichts zu tun mit der Lösung dieser Gleichung. Und es geht nur um den allgemeinen Aufbau einer Exponentialgleichung, was so auf ähnliche Weise in jeder Merkhilfe oder Formelsammlung zu finden ist. Also, wenn wir jetzt anhand des Aufbaus dieser zwei Gleichungen vergleichen, sollte jeder eigentlich nachvollziehen können, dass die Basis a eigentlich unser Klammer dort mit x²-7x-11 ist und unser Exponent bei der allgemeinen Gleichung eigentlich diese quadratische Funktion da oben mit x²-13x-42 ist. Und jetzt muss man sich allgemein nur überlegen, für welchen Wert des Exponenten dieser Exponentialgleichung 1 wird. Und das ist ganz einfach. Zur Erinnerung, a hoch 0 würde dann 1 ergeben. Das bedeutet, unser Exponent hier, x²-13x-42 müsste 0 sein. Das schreibe ich hier auch an der Seite. Also, dass das erste Wasser füllt sein muss, wenn diese Gleichung gelten soll. Plus 42 ist gleich 0. Allerdings, weil wir hier das Ganze als eine Exponentialgleichung, eine Exponentialfunktion betrachten, gibt es noch ein paar Einschränkungen für uns. Wir erinnern uns, die Basis darf nicht jedem Wert annehmen, was man so findet. Zum Beispiel, zur Erinnerung, bei einer Exponentialfunktion muss einmal die Basis, ich schreibe sie jetzt mit diesem a hin, also die Basis a muss größer als 0 sein und außerdem muss sie verschieden von 1 sein. Und diese Bedingungen gelten natürlich auch für unsere Basis hier, weil wir das Ganze als Exponentialfunktion betrachten. Das bedeutet, auf der anderen Seite müsste dieser x²-7x-11 einmal größer als 0 sein und gleichzeitig müsste es auch verschieden von 1 sein. Also 7x plus 11 verschieden von 1. Das bedeutet, was auch immer wir für Lösungen auf der linken Seite rausbekommen, die müssen wir noch überprüfen, ob sie auch für die Basis gelten. Okay, auf der linken Seite haben wir eine relativ einfache quadratische Gleichung, die man auf verschiedene Weisen lösen kann. ABC-Formel oder Mieternachsformel, BQ-Formel oder sogar quadratische Ergänzung, was hier nicht so gut wäre wegen dieser 13. Ich habe mich jetzt aus Gewohnheit entschieden für die ABC-Formel, also x12 ist dann gleich minus B, wären dann 13 plus minus Wurzel aus B²-4ac, das sind dann 13 ins Quadrat, minus 4 mal 1 mal 42 und das Ganze geteilt durch 2 mal A, in diesem Fall sind das 2 mal 1. Gut, dann rechnen wir erstmal dieser Term unter der Wurzel aus, die sogenannte Diskriminante. Da haben wir 13 hoch 2 sind 169 und 4 mal 42 sind 168. Also haben wir unter der Wurzel 1 und das Ganze geteilt durch 2, somit kriegen wir zwei Lösungen raus. x1 wäre dann 13 plus 1, sind 40 geteilt durch 2 sind 7 und x2 wäre dann 13 minus 1, sind 12 geteilt durch 2 natürlich 6. Und wie bereits erwähnt, müssen wir diese zwei Lösungen in der Basis prüfen, so dass auch das hier auf der rechten Seite erfüllt ist. Also das heißt erstmal für x gleich 7 setze ich in dieser Gleichung hier ein. Dann haben wir 49 minus 49 plus 11. Also das ergibt 11. Das bedeutet, wenn wir dort einsetzen, dann kommt 11 raus. 11 ist ja größer als 0 und verschieden von 1. Damit ist die erste Probe erfolgreich. Und wenn wir die 6 einsetzen, also wieder in diesem Term hier, dann haben wir 36 minus 42 sind minus 6 plus 11 sind 5. Also auch alles im grünen Bereich. Das heißt, das sind 6 und 7 oder 7 und 6 sind unsere ersten zwei Lösungen. In Bezug auf eine Exponentialgleichung haben wir jetzt gerade alles rausgeholt, was ging. Deshalb müssen wir unser Blickwinkel ändern. Und zwar alternativ kann man natürlich diese Gleichung auch als eine Potenzgleichung betrachten. Zur Erinnerung, eine Potenzgleichung hat die allgemeine Form x hoch n ist gleich irgendwas. Wobei das irgendwas bei uns wieder 1 ist. Weil bei unserer Gleichung auf der rechten Seite die 1 steht. Und wenn man diese zwei Gleichungen jetzt vom Aufbau wieder vergleicht, dann sollte klar sein, dass die Basis der Potenz einfach diese Klammer ist, die grüne Klammer, die dort angedeutet ist, und der Exponent n wieder diese quadratische Gleichung. Allerdings bringt eine Potenzfunktion völlig andere Eigenschaften mit sich als eine Exponentialfunktion. Zur Erinnerung, dieses x bei der allgemeinen Form kann praktisch jeden Wert annehmen, also theoretisch. Praktisch werden wir sehen, ob er diese Gleichung das Sinn macht. Also x ist Element von r. Und das n kann auch jeden Wert annehmen hier. Also n ist ebenfalls Element von r. Eine Einschränkung gibt es allerdings für x und n. Eine Einschränkung, die nichts zu tun hat mit unserer Gleichung, aber man sollte sie erwähnen an dieser Stelle. x und n dürfen bei der allgemeinen Gleichung nicht beide gleichzeitig den Wert 0 annehmen, sonst hätte man dieser Fall mit 0 hoch 0. und wie ihr wahrscheinlich noch wisst, ist das nicht definiert in Mathe. Gut, dann machen wir weiter mit unserer Gleichung. Jetzt müssen wir uns nur noch Gedanken darüber machen, unter welchen Umständen eine Potenzgleichung den Wert 1 annimmt. Kurz gesagt, welcher Wert muss man für x einsetzen und für n so das 1 rauskommt? Naja, in erster Reihe, sehr einfach. 1 hoch irgendwas, egal was, ergibt 1. Das wäre eine Möglichkeit. Zweitens, auch minus 1 hoch n kann es 1 ergeben, aber das allerdings nur unter bestimmten Umständen, und zwar, wenn n eine gerade Hochzahl ist. Oder eine gerade Zahl. In diesem Fall als Hochzahl. Also, zum Beispiel, minus 1 hoch 4 wäre dann entsprechend 1 und somit gibt es auch diesen zweiten Fall. Also, beziehen wir zuerst den linken Ansatz auf unsere Gleichung oben. Das bedeutet, das, was hier mit grünen Klammern steht, muss 1 sein. Entsprechend haben wir dann wieder eine quadratische Gleichung. x² minus 7x plus 11 muss 1 ergeben. Ja, dann bringen wir die 1 rüber mit minus 1 und damit haben wir dann x² minus 7x plus 10 soll 0 ergeben. Ja, das ist wieder eine quadratische Gleichung und keine Sorge, ich verwende jetzt nicht nochmal die Formel. Also, ich glaube, dass jeder nachvollziehen kann, wie diese Gleichung zu lösen ist. Also, ich habe die Lösung bereits ausgerechnet und trage sich hier noch kurz ein. x1 wäre an dieser Stelle 5 und x2 wäre an dieser Stelle 2. Oder besser gesagt, sind das unser x3 und x4. Aber ich lasse es erstmal so stehen. Auf der rechten Seite müssen wir jetzt praktisch diesen Term hier in der Klammer, dieser x² minus 7x plus 11, jetzt gleichsetzen mit minus 1. Okay, dann entsteht eine weitere quadratische Gleichung, die wir lösen müssen. Also, x² minus 7x plus 11 ist gleich minus 1. Dann bringen wir natürlich die minus 1 rüber mit plus 1. Dann entsprechend x² minus 7x plus 12 ist gleich 0. Und auch diese Gleichung habe ich erstmal schon mal voraus gelöst. Hier kommen als Lösung raus und jetzt nehme ich mal wirklich andere xer. Also, ich sage hier x3 ist gleich 4 und x4 ist gleich 3. Kommt diese zwei Lösungen raus. Aber diese zwei Lösungen müssen nicht unbedingt existieren. Wir nennen uns eine Tatsache, wir haben vorher gesagt, das gilt nur dann, wenn n gerade ist. Und deshalb müssen wir noch eine Probe mit dem Exponenten machen und gucken, ob wirklich für n eine gerade Zahl rauskommt. Also, ich nehme hier die erste Lösung an die Seite, x gleich 4 und setze es natürlich hier in diesen Exponenten x² minus 13x plus 42 ein. Entsprechend haben wir dann 4 hoch 2 minus 13 mal 4 und plus 42 und das sind 16 minus 42 plus 42, also kommt tatsächlich 16 raus und das ist eine gerade Zahl. Also, n wäre dann gerade. Das bedeutet, die Lösung gilt auch. Und jetzt nochmal das Gleiche für x gleich 3. Dann hätten wir 3 hoch 2 minus 13 mal 3 plus 42. Naja, an dieser Stelle kommt dann 12 raus und 12 ist ebenfalls eine gerade Zahl. Das bedeutet, die zweite Lösung hier würde auch existieren. Also, hätten wir zusammen mit den ersten zwei Lösungen, mit der 6 und mit der 7, hätten wir insgesamt 6 Lösungen bei dieser Gleichung. Und ich wäre voll zufrieden mit dieser 6 Lösung gewesen, wenn diese Anmerkung bei der Aufgabenstellung nicht gewesen wäre. Deshalb frage ich mich, waren das nur irgendwelche Mindgames, die diese getrieben haben oder habe ich was übersehen? Um ehrlich zu sein, habe ich keine Lösung für diese Aufgabe gehabt. Deshalb habe ich sie so gelöst, wie ich sie für richtig halte. Wenn ich was übersehen habe, könnt ihr mir ruhig unter dem Video schreiben. Aber ich bin der Meinung, dass ich jetzt hier nichts übersehen habe und das würde heißen, dass diese Aufgabe wirklich 6 Lösungen besitzt. Und noch ein Hinweis an dieser Stelle, wenn ihr Interesse, ähnliche Aufgaben findet ihr gleich in einer Playlist am Ende dieses Videos. Eine Playlist, die ständig aktualisiert wird. Und wenn euch das Video gefallen hat, ein Like, ein Ettes Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts. Und wenn es euch nicht gefallen hat, naja, dann könnt ihr diesen Kanal trotzdem abonnieren. feeling like. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.